Hallo, ich bin von mir hier, die Greve zur Hose, ich gehe weiter bei der Spurlesung hin. Ja, wollen wir weiter in Weltnummer 6 weiter rumhüpfen? Ich sehe das gehört. Ähm, ja. Sieht der sehr nahe aus. Aha. Hm, ich habe hier ein Schlimmes. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Help! Willst du hier warten? Ja. Ja, ist okay. Ist okay, ich habe es verstanden. Oh Gott. Schaut euch das mal an hier. Das sieht so dermaßen dreckig aus. Ja, wir haben es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich habe es immer noch verstanden. Ich habe es immer noch verstanden. Ach so, ja. Ja, komm. Wir haben... Wir haben nicht dauerhaft Zeit. Genau. So. Jetzt hier hin. Jetzt kommen wir mal... V. Wollen wir hin? Wollen wir hier mal gucken, wie sie weitergeht? Ja, aber wollen wir... Ach du Kacke. Schaut euch mal an hier. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Naja, das kriegen wir nicht hin. Gucken, was wir am besten hinkommen können. Das funktioniert aber auch nicht so, wie ich es gern hätte, ne? Was soll denn das funktionieren? Also sie springt doch nicht. Na, sag ich doch. Sie springt grad überhaupt gar nicht. Sie springt nicht. Jetzt hat sie es. Du musst nicht springen. Du musst nicht springen. Du musst nicht springen. Ach du Kacke. Na komm. Ähm. So, hier mal saven. Ja. Ähm. Genau. Ne, das müssen wir nochmal neu machen. Ah, das ist nochmal neu starten. Das war ziemlich frech. Ja, ich hab's verstanden. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ja, komm. Es ist ziemlich schwierig, wenn ihr mich fragt. Man hat doch immer wieder neue Zeit. Man hat doch immer wieder neue Zeit. Seh ich schon. Das ist schon... mehr als... positiv. schief. Nein. Oh, Mist. Also... Ich... das ist ziemlich eigenartig. Ja, er hält mich alleine hier. So. So, den mitnehmen. So, den wir wegkicken. Ja, komm. Oh, jetzt... Das ist ziemlich... kompliziert. Und da bist du auch geschafft. Komm schon. Ja, komm. Na. Komm. Na will ich. Waren wir halt neu. Ja. So, dass wir wenig Platz haben. Müssen wir das mal hinstellen, mal. Genau, so wäre das positiv. So ist das mehr als positiv so. Ja. Geht doch. Ich frag mich sogar, ob man das irgendwie mitnehmen kann. Und... So. Geht nicht. So. Mist. Ach, Mist. Das ist ja mal... ...ein ganz dämliches Level. Bis ich da mal hintergekommen bin, wie das funktioniert, dass da oder wurde eine halbe Ewigkeit. Wie soll es immer diese Heldblöcke nerven? Wie ich jetzt ehrlich bin. So. Mal gucken. So, genau. Hoch hier. Mal schauen. Wie das ist ja... Das ist ein dämliches Level. So. Ich hab's mir gedacht, ob man da überlebt. Wie kommt man da am besten rüber? So. So, ich hab's mir gedacht. Ja, ich hab's verstanden. Und das da hinten ist ja so über uns intelligent gemacht worden. Ich schaff das nicht. Zwei P-Switches? Ah, vielleicht. Ja, wenn man's mal genau so Double-Gribbon, ach, ganz toll. Ha! Ich hab's mal hingekriegt, so. Und jetzt? Mal gucken. Den aktive ich mal zuerst. Weil, erst mal, das hier muss weg. So. Genau. So. Nächstes muss das hier weg. Oder auch nicht. Das ist doch drüber, denn jetzt ein paar dauern, dieses Level. Ja, komm. So, als nächstes springen wir hier so drauf. Genau, das dürfte es jetzt gewesen sein. Genau, ganz ruhig. Komm. Das ist okay so. Das ist natürlich jetzt kacke. Mehr als kacke. Das ist klar. Das ist klar, ich darf wohl nicht zu weit nach oben schwimmen. Und dann, ja. Ich drück auch die Taste, ja. Also, ich darf da nicht gehen kommen, sonst ist es gleich vorbei. Naja, ich darf da nicht gehen kommen. Das kann echt auf die Eier gehen, glaubt mir. Oh, jetzt hoff ich hier hoch. Ich weiß mal, dass wir hier hoch sollen. Ich schaff's einfach mal. Ach, komm. Das ist ein merkwürdiges Level. Glaubt mir. So merkwürdig hab ich das noch nie gesehen. So. Und ist jetzt vorbei. Das Ganze geht jetzt noch weiter. Oh nein, na. Sehr toll. Jetzt geht die ganze Schurte hier noch weiter. Nichts toll. Jetzt geht das hier echt noch weiter, Leute. Wisst ihr, was das heißt, ne? Gott. Ach, kacke. Das kommt. Nein, das wurde ich doch gar nicht lang. Genau, so. Mal safen. So. Ja, Mann. Es läuft grad gar nicht. So, jetzt. Oh Gott. Ja, muss man die Level immer so schwer gestalten nach einer Zeit. No. Jetzt hier hoch. Jetzt hier runter. Und jetzt hier lang. Genau. Ähm. Ja, hier wird man eigentlich bloß ganz schnell weg. Wie soll ich nicht. Okay. So. Genau so. Jetzt. Jetzt hat bloß nicht. Ich muss da irgendwie... Ich war drüben. Ich war schon drüben. Ich war schon da ganz schlimmes. Oh nein. Wie soll ich da mal? Ist klar. Ich muss hier überall hin. Immerhin und zurück. Oh, das ist doch ein nerviges Level. Glaub mir, ich finde das Level jetzt echt nur noch nervig. Nicht mehr Spaß, ich soll es einfach nur nervig. So. Und das war so klar. Ähm, ja, mach ich nur das jetzt am dümmsten. Bestellt warum? Eigentlich sollte man das so nicht machen. Wenn man nicht so doofel wäre ich. Ich nimm schon mal 60 Minuten lang auf. Das ist schon mal noch viel zu lange. Nach meiner Meinung her. Das ist... Ich will ihn jetzt lange aufnehmen. Alter, komm ich doch hoch. Das ist jetzt nicht deren Ernst, ne? Das ist jetzt einfach nicht deren Ernst. Das ist das bloß dafür da ist, dass ich... Ich will dieses Level auch nicht offscreen machen. Das ist noch viel schlimmer. So. Wir safen. Lass mich doch einmal da durch. So, weißt du was? Jetzt kicken wir das Ding mal ein bisschen weiter nach vorne. Was kommt? Ich dreh dich hoch. Mach doch einfach mal. Genau. Komm ich auf Felsknoll. Wir sind zwei Trampoline. Wozu brauche ich zwei Trampoline? Ich glaube ich will schon mal zu. So, mit dem einen... Warte mal. So, mit dem anderen gehe ich jetzt mal hier hoch. Hehehehe. So, das packe ich jetzt hier hin. Ja, okay. Nicht ganz, aber... So, das Einheitspaket jetzt hier hin. Ich muss ja auch irgendwie einen Trick finden. Das ist der einzige Trick, der mir jetzt einfällt. Spontan sogar einfällt. Genau. So, jetzt komme ich hier hoch. Safen. So, hier zielen. Boah, das ist aber ein langes Level, wenn ihr mich fragt. Ich wollte vorher noch schießen. Mann, jetzt weg! Komm noch mal raus da! Na, komm. Genau. Jetzt. Haben wir's. Das Level geht jetzt nicht noch weiter, oder? Oh, ey. Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Oh, mein Gott. Ja, Mann, ich hab's verstanden. Und... Gibt's denn meine Ziele lang? Ich will jetzt einfach das blöde Ziel erreichen. Das ist alles, was ich habe. Ja, das fand ich jetzt irgendwie so klar. Ist sowas? Das heißt, ich beende jetzt mal diesen Partion. Wir sehen uns dann im nächsten Partion. Genau an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Ciao!